Eva Schmidt mit Herrn Hubert Huber. Also grüß euch, guten Morgen. Und schon kommen die ersten Gäste. Aber es ist auch wieder gut, weil der Schnee weggeht. Ich mache jetzt eine Kamerafahrt um dich herum. Und hier liegen schon Karikaturen. Von Hoffmann, Stefan Raab, ein kleiner Junge. Ja, und der darf auch nicht fehlen. Wie heißt der hier, Eva, der Typ hier? Wenn du fällst, dann ich auch sofort. Das ist James Dean, den Eva immer hat für ihre Ausstellungen als Porträtistin. Den bayerischen Raum kennt wie jeder hier. Da haben wir den Robbie Williams als Karikatur. Und da drüber ist Picasso. Neu gemalt. Das große Gemälde ist schon weg. Das klassische Gänst commencelaw Das große Gemäldeik Die Gäste Damit hat sie��. Musikalische Oren Ja Musikalische Oren